BDO Austria gehört zu den Big Playern im Bereich der Wirtschafts- und Steuerberatungskanzleien. Mittlerweile arbeiten fast 1000 Mitarbeiterinnen, verteilt auf fast allen Standorten in Österreich, im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung. Ich bin bei BDO angestellt, aktuell als Steuerberater und Manager und bin hier für sämtliche steuerberatlichen Tätigkeiten zuständig. Meine Hauptaufgaben bei der BDO sind zum einen die Beratung im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung und zum anderen aber auch die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unser BDO Headquarter ist öffentlich super erreichbar für jeden, dadurch, dass wir diese unmittelbare Nähe zum Hauptbahnhof haben. Andererseits arbeiten wir in einem hochmodernen Gebäude mit unglaublich hellen Büros. Wir haben viele Kommunikations- und Begegnungszonen für den Austausch mit Kolleginnen, haben aber auch, und das ist auch etwas, was wir alle sehr schätzen, eben unsere Silent Rooms. Man muss sagen, dass es natürlich das neue Gebäude spitze ist, also nicht nur von der Lage und generell von der Infrastruktur, die hier geboten wird, auch die besonders neuen Büroräumlichkeiten, die es natürlich hier bietet, das heißt jetzt die höhenverstellbaren Bürotische, ergonomische Bürostühle, also man kann sich wirklich nicht mehr wünschen. Wir sind alle mit Laptops ausgestattet, sowohl wie mit Mobiltelefonen, das heißt wir können im Endeffekt, wo wir wollen und wann wir wollen arbeiten, sind im Endeffekt flexibel und mobil. Was ich sehr schätze, ist natürlich der Essenszuschuss, den BDO Austria eben hier den MitarbeiterInnen bietet, also man ist sehr frei, wo man dann jetzt seine Mittagspause verbringen möchte, sei es in der betriebseigenen Kantine, wo vor allem auf regionale Produkte auch Wert gelegt wird. Und was noch natürlich dazukommt, ist die Unterstützung vom Klimaticket, was natürlich auch ein MitarbeiterInnen-Benefit ist, das man sehr gerne nutzt natürlich. Was vor kurzem eingeführt wurde, ist der Greatness-Bonus, das heißt alle Mitarbeiter, egal welcher Berufsbezeichnung und Stand, sind bei uns am Gewinn beteiligt und profitieren somit allesamt von unserer gemeinschaftlichen Arbeit, die wir leisten. Natürlich haben Weiterbildung, Aufstiegschancen, Arbeitsplatzsicherheit einen großen Stellenwert bei uns. Ich persönlich bin hier als Senior Consultant eingestiegen vor circa anderthalb Jahren und gehe davon aus, wenn alles gut geht, demnächst auch dann zur ManagerIn aufsteigen zu können. Angefangen habe ich bei BDO als Praktikant, dann wurde mir nach ungefähr drei Monaten auch das Angebot gemacht, dass ich eine Fixanstaltung bekomme und seitdem bin ich es so sehr. Ich würde BDO als jemanden beschreiben, der einen großen Wert auf soziales Engagement legt, der Wert legt auf die Work-Life-Balance seiner MitarbeiterInnen, aber auch großen Wert darauf legt, die Möglichkeiten eines jeden einzelnen Unternehmen zu fördern und zu fordern.